Hallo liebe VfB-Fans, herzlich Willkommen aus Kitzbühel, aus St. Johann, um genau zu sein, direkt vor dem Trainingsplatz, dem Heiligen Rasen. Ich bin seit ein paar Tagen da und es freut mich extrem, dass ich heute den Trainer da habe, Rino Matarazzo. Herzlich Willkommen, schön, dass du dir Zeit nimmst für uns. Ja, vielen Dank, schön hier zu sein. Ich habe erstmal eine unangenehme Frage. Es ist so, Vatario ist bei Olympia, wir haben Naui verletzt, Orelis verletzt. Es scheint so zu sein, dass die Fans wollen, dass ich zurückkomme, auf der 6 Spiele. Jetzt kennst du mich auch ein paar Tage schon. Glaubst du, dass es nochmal eine Chance für mich zurück gibt auf dem Platz? Ja, natürlich habe ich die eine oder andere schöne Aktion von dir in Erinnerung, aber ich glaube, du bräuchst vielleicht drei, vier Vorbereitungszeiten, bis du auf dem Platz stehen kannst. Willst du damit zu sagen, dass ich zu dick und unfit bin? Nein, ich will einfach mal sagen, dass unsere Jungs ein Stück weiter sind. Okay, sehr diplomatisch, so wie wir dich kennen. Vielen Dank. Aber jetzt mal ernsthaft, ich meine wir zwei fast gleich alt. Als wir noch Fußball gespielt haben, gab es früher immer im Trainingslager Läufe ohne Ball. Du machst es nicht mehr. Warum ist es nicht mehr sinnvoll, im Trainingslager stur, stupide zu laufen? Also wir machen schon ab und zu Läufe ohne Ball, aber das sind kontrollierte Läufe, zum Beispiel nach dem Spiel, nach dem Testspiel, wo es dann weniger Risiko sein soll, dass man sich verletzt. Aber grundsätzlich bin ich ein großer Fan davon, sehr ganzheitlich zu trainieren, vielen Spielformen, dass man nicht nur athletische Grundlagen legen kann, sondern auch taktisch arbeiten kann, technisch arbeiten kann und auch irgendwas für den Kopf. Hat ja gut funktioniert letzte Saison, deswegen will ich auch gar nicht reinreden. Was mich aber auch noch interessiert, Trainingslager ist ja auch oft Teambuilding. Was hast du unternommen? Was hat sich das Trainerteam ausgedacht, dass die neuen Spiele integriert werden oder auch die, die schon da sind, noch enger zusammenwachsen? Es ist viel Zeit für viele Gespräche, individuelle Gespräche, auch unter den Spielern, aber Trainerteam auch Spieler. Wir haben einen sehr guten Workshop gehabt, wo wir ein paar Themen angegangen sind, wo es einen sehr intensiven, regen Austausch gab unterhalb der Spieler. Und gestern Abend haben wir einen schönen Abend bei Rosis gehabt und mit ein wunderbares Essen und die neuen Spieler durften einen schönen Lied präsentieren auf die Bühne und das hat richtig viel Spaß gemacht. Als Top-Journalist, der ich hier bin, muss ich nachfragen, wer ist der beste Sänger in der Mannschaft? Das ist eine gute Frage. Unser Torwarttrainer ist tatsächlich gar nicht so schlecht gewesen, Steffen Krebs. Er hat auch sogar ohne Hintergrund Musik, deswegen würde ich für meinen Torwart sprechen. Sehr loyal, das kann ich nur bestätigen. Er hat super gemacht. Aber nochmal, um auf Sport zu kommen, vorausblickend auf die neue Saison bzw. kurzfristig, wir spielen gegen FC Barcelona. Ist auch für dich ein Highlight, aber was können die Fans erwarten? Der Stadion ist jetzt schon ausverkauft bzw. wir haben alle Tickets verkauft, die wir verkaufen dürfen, 25.000. Auf was können sich die Leute freuen? Wenn ich ehrlich bin, ich habe mich über das Spiel noch gar keine Gedanken gemacht. Wir sind aktuell im Trainingslager sehr aktiv und da liegt unser Fokus. Aber ich bin mir sicher, wenn die Zeit näher rückt, dass wir uns alle auf ein Top-Spiel freuen werden gegen einen Top-Gegner und hoffentlich einen tollen Fußball von beiden Seiten und ein torreiches Spiel. Gut, dann würde ich es dabei belassen. Ich habe schon gemerkt, ich brauche gar nicht erscheinen an einem Tag. Ich habe keine Chance, reinzukommen. Aber ich will jetzt nicht nur dir eine gute Saison wünschen, sondern uns allen. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Weiterhin eine gute Vorbereitung ohne Verletzung wünschen wir uns alle. Liebe VfB-Fans, ich hoffe, ihr habt etwas Neues erfahren und alles Gute und bis bald in einem Mercedes-Menz-Renner. Ciao.